Seit gestern Montag gelten in Österreich wegen der gefährlichen Omikron-Variante neue Einreiseregeln. Aber es gibt Chaos um die Kontrollen. Weil die Zahl der Omikron-Fälle steigt, hat Österreich die Ein- und Wiedereinreise aus dem Ausland verschärft. Seit gestern Montag gilt, einreisen darf nur wer dreifach geimpft ist. Oder falls er nur eine Zweifach-Impfung hat, einen negativen PCR-Test vorweisen kann. Allerdings, wer kontrolliert das? Ein Lokalaugenschein an Grenzübergängen in Oberösterreich zeigt, dort steht niemand, der einen Impfnachweis sehen will. Bei den zuständigen Behörden kommt man zu dem Ergebnis reines Chaos. Niemand weiß, wer zuständig ist. Ein Anruf bei der Polizei zeigt, dass diese deswegen noch nicht kontrolliert, weil es aktuell noch keinen Auftrag dazu von Mückstein-Ministerium in Wien gibt. Vom Gesundheitsministerium kommt die Info, dass die Polizei schließlich entscheiden müsse, wie kontrolliert wird. Die Polizei wiederum würde es ja gerne entscheiden, wenn es denn einen Auftrag gäbe. Den gibt es aber nicht. So weit, so gut. Die Polizei hat also keinen Auftrag und das Gesundheitsministerium weiß nicht, ob es einen Auftrag geben wird. Laut Land ist das Mückstein-Ministerium zuständig, weil ja nicht das Land den Auftrag für Kontrollen geben kann. Was im Grunde auch nachvollziehbar ist, weil sonst könnte ja zum Beispiel Oberösterreich entscheiden, dass an den Grenzen kontrolliert wird. Und Salzburg entscheidet, dass es keine Kontrollen braucht. Für ungeimpfte oder nicht ausreichend geimpfte Touristen würde das bedeuten, man könnte über Salzburg einreisen, weil es da keine Kontrollen gibt. Vom Gesundheitsministerium weiß man ja bereits, dass die Polizei zuständig ist. Alles dreht sich also im Kreis. In der Verordnung steht, dass die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde berechtigt ist, bei der Einreise zu überprüfen, ob die Vorgaben dieser Verordnung eingehalten werden. Das heißt, die einzelnen Bezirke können entscheiden, ob kontrolliert wird. Alles verwirrend und unverständlich, vor allem im Hinblick darauf, dass man ja eigentlich die Ausbreitung der Omikron-Variante verhindern will.